ja johle was geht ab willkommen zu meinem neuen video in diesem video spielt meine schwester eine runde fortnein möchte was sagen erst mal video nein die will nicht sagen okay gibt ihr jetzt mal das headset und dann würde ich sagen let's go oder wo ich muss nur hier noch die steuerung angewöhnen weil ich meistens auf der switch spiele und dann ist die steuerung ganz anders so ich bin wieder da hat lecker gespeckter lolly ok wo landest du da noch du musst x drücken ok wo bin ich jetzt im battle bus über sollte springt gerade ist das gut das geht die meiste action ab irgendwie oh scheiße ich mag den sound was ist da das da ist holy hedges oder so ist dort ich bin mir sicher irgendwie so geht da viel ab ne da ist eigentlich ganz entspannt sind die leute da friedlich ne das sind voll die töter immer unterwegs die was die töter die töten dich ach so da ist jemand ist hier jemand ja hier nein ein haus hinter dir war da jemand scheiße das ist nur deine schuld und da ist auch jemand gelandet Doiner Doiner du brauchst Waffen scheiße ich glaube ich werde sterben nein renn weg aah aah wir machen die Tee auf wir machen die Tee auf ok aah 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 nein 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 ah ok ich akzeptiere schon vielleicht das doch so gut ist das die die mich getötet hat ja das das ist die die mich getötet hat scheiße wie findet ihr so mein Skin Entschuldigung mit meinem Flügel die kombinationen und falls ihr mehr solche videos sehen wollt lasst ein da hättest du lust bei einer bestimmten anzahl von likes wieder so ein video zu machen ist es nicht langweilig mal wieder das gleiche video zu machen irgendwas hier anderes wieder mit dir vielleicht das spieler irgendwie eine runde durch zusammen oder irgendwas anderes oder so oder hier wer würde er oder sowas oder was würdest du was ist da was ist da unten das ist ja da will ich hin okay ich werde euch abzocken wie vielen likes dann da machen wir noch eine runde oder sowas 2000 bei 2000 dein erz ist nämlich verarschen nach ihm immer da zwei nullen über ganz schnell ab warte wie viele nullen sind da dann noch da also 20 likes machen wir 50 likes okay ok leute bei 50 likes kommt noch ein video oh mein gott oh mein gott also meine schwester da ist jemand da ist jemand da ist jemand ich habe so viel zu bearbeiten das ganze schreien muss ich leiser bearbeiten scheiße ok ich verstecke mich hier wie eben macht man sich nach und nach so ok du schaffst das wenigstens habe ich eine waffe diesmal zwei stück sind das ah scheiße ich darf mich nicht bewegen du hörst ja wo die sind ich höre das nicht da ist ja gerade kein headset auf ok jemand kommt hoch ich habe ich habe Angst ich habe Angst soll ich gehen soll ich rausgehen Versuch einfach versuchen zu töten oder so wo ist ja wo ist ja wo ist ja ich bin irgendwo ich weiß nicht wo genau aber unter dir guck lieber zur Tür und unter mir und ja irgendwo unter dir oder musst du hören können kommt der Zweck oder ne das noch da bist du ruhig AHHHHH AHHHHH Ah kommt doch okay ich glaube das sind neel Euitager oder zweiter oder so unter dir ich kann es nicht genau hören aber ich vermute es einfach nicht aus dem Fenster springen nur einer du bist doch nicht lebensmitte oder doch ok ha ha oder selbstmord begehen okay versteck mich hier ja du schaffst das komm, geh mal in die Action rein da ja oder such hier noch ein paar Waffen mehr, aber du bekommst vielleicht eine Maschinenpistole, Stuhlgewehr oder Schildtränke gebrauchen bisschen campen, wie ist das, so ne nimm lieber die Tactical, die Bildgraue, die ich besser finde ich ah, der ist hier irgendwo ja, er heilt sich der heilt sich, ok, komm her okay, wo bist du ich doch runter dir geh die Treppe runter, ja aber pass auf, er könnte da irgendwo sein guck mal um die Ecke oder der ist noch mehr unter dir oder so, glaube ich ja, irgendwo da unten ist der ja, irgendwo da unten ist der ohne Maschinenpistole, sondern was so wohl mit noch wurde, damit 6 Kills gemacht, was ein Neuerer, das weiß ich noch ja, da hast du alle Auseinandersetzungen nicht stimmt ich muss schon auseinandersetzungen machen links waren die und siehst du wie sie die nicht rechts ja, da hinten aber gebraucht wurde aha, okay da sind die ich hoffe die Bauern mich nicht zu ja und noch eine Dürre sind auch noch soll ich da reingehen? ich weiß nicht boah, die Bauern da, ok, ich gehe da weg oh, da ist jemand bitte, bitte, bitte lass mich dich töten der Raffer, der kommt so zu dir und möchte mit ihr Team oder so kann es sein? das kann alles sein links ist der hinter dir hinter dir ja, da links, da hast du gesehen? nein rechts weiter rechts ja, das war es nochmal der Runde und auch ja, Leute, tragt mal auf Ehre mein Crater Code ein, Leute ich brauche Cash damit ich mir Essen kaufen kann ja, damit ich Döner Essen kaufen kann ja viel Glück viel Glück dir, weil ich werde dich abziehen oh wie, du wirst mich abziehen komm, schlag ihn ahaha, er fällt auf, oder? also, ja Döner 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 er will mit dir befreundet sein guck hast du gesehen? ja nein, er haut ab die kannst du nicht öffnen die kannst du nicht öffnen du brauchst Waffen aaaaaaah nein, du bin nicht gelandet wo gibt's Waffen? ich will Geld gar ja ich will nicht, du musst suchen da sind drüben da sind drüben ja jetzt rechts rein das andere rechts achso oh mein Gott, oh mein Gott aaaaaah scheiße alter oh mein Gott, da hat er eine Maschinenpistole ne, das ist ein Harponierer oh mein Gott, meine Zeitliebingswaffe perfekt ich nehm die okay du schaffst das hey, da riech ich aus ich bumm was hältst du ja, okay, du bist besser als ich in Fortnite ich hab verstanden ein Jagdgewehr ist das gut? für hohe Distanz schon mhm Naka ja, kann ich dir nicht empfehlen ne, ne, einfach ich ne den Harpon 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 Harponierer ah, links okay, du bist tot okay, ich will sagen hier beende ich anstelle das Video mal also, Leute, lasst jetzt ein Like und ein Abo da abonnier diesen Kanal und ja willst du noch was sagen im Video okay dein Leut ist mehr